was ist denn hier wohl so verstecken bitte da oben fangen oder was richtet ihr stalker in so einem hartes stalker auch aber aus mich ja dass man zu groß ist der andere ist genauso groß sogar größer als meins der ganz harte ja ich habe mir keine geschossen sagt es bitte ich habe ihn an sich abgehängt schon heftig was dieses komische video da aus amerika an negativer resonanz weltweit hervorgerufen hat immer noch porno nein ich sagte dass also dieses muslim video da oder anti muslim video oder wie man das nennen mag angeblich soll das nur über die miss missstände des muslim glaubens oder wir von manchen oder vielen ja gelebt wird wie er falsch gelebt wird im aufklären angeblich ich habe das video selber noch nicht gesehen kommst du jetzt auf das thema weiß ich nicht wegen irgendwas was gerade gesagt wurde ach jetzt weiß ich wieder weswegen weil du gesagt dass ja aber ich glaube bei mir ball hat jemand drumherum gleich eine ist jemand erschossen worden habe ich doch gesagt ja muslim terror oder irgendwie sowas habe ich gesagt was denn ich bin doch schon da nicht mehr bei dir ich sehe dich genau weil ich bin mir fast von einem haus ich bin ja bei luka sein haus naja aber eins kann ich sagen und ich habe das recht dazu worauf ich jetzt nicht eingehe allerdings viele muslime oder eine ganze menge muslime die ich kenne leben den glauben definitiv falsch und entschuldigen all ihre fehler oder viele ihrer fehler mit dem glauben das finde ich nicht in ordnung so ein thema gehört nicht in let's play warum klar gesellschaftliches thema ja das sowieso ich persönlich finde alles das schwachste von da aus gesehen christlich oder muslimisch oder weiß der geier was weiß der geier oder weiß er nicht ach der ist ja auch tot der wolfgang petri ne ein klar ist der tod der ist nicht tot der ist nicht gestorben aber was ist der gestorben bitte ich weiß doch nicht wissen wann der gestorben ist hm weil er nicht tot ist der ist nicht tot der ist nicht tot komm her da hinten du fette kuh hier ich hab was zu fressen sag deine kollegin da hinten mal die soll mal ihren fetten arsch hier hinbewegen genauso jetzt dass du mit der poppen bisschen pimpern bluschen 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 du hast waffen vergessen du hast waffen vergessen du hast es mit deinem werkzeug ah das kann ich essen nochmal endlich meine was oh weizen ist gewachsen so für fressalien haben wir gesorgt weizen 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 der dreck wächst nach dann werde ich glaube ich mal eben unten was ausprobieren ah was mache ich denn jetzt hier an warte mal zwei geht die mau in der tat da drunter lang nein verdammt das habe ich erdhaft gesagt nein was werde ich denn jetzt so müde nicht so er ist wieder tot das liegt an deinem alter was macht er noch nein 2006 war der letzte album was wir gemacht haben irgendjemand hat letztens gesagt petri galoschki ist tot nein nein ist tot wer tot ist dann spiele ich nie wieder im spiel weil ich dann so traurig bin oh ah mal kennikowski oh ja oh ja so haben wir mal zwei stecks glas da rein die braucht der mensch bin 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 oh gut another way to paradise of the coldens ist super gut das super gutes lied jetzt fang noch genauso wie relic an dann drehe ich gleich am rat her wieso was macht er denn er macht das auch es gibt mir total auf die nerven das hat sie jetzt nicht sagen sollen dass sie das gleich gleich kommt das macht mich aggressiv ich kann jetzt dagegen tun er kommt schon wieder ja ich weiß ich habe bis jetzt nur coole lieder geschickt ja ich weiß ich habe bis jetzt nur coole lieder geschickt kopf oder kopfgott offensichtlich kopfgott kopfgott ja wieso hast du etwas gegen holen ich nicht nein aber an einsichtlich alle ja was soll ich etwas gegen mich selber haben du bist ein deutscher Ey, ist dies ein Deutscher? Junge, du solltest mal unbedingt an deinen Stimmbändern arbeiten. Ist deutsch. Nein. So. Lebst du in Deutschland? Wie lange lebst du schon in Deutschland? Keine Ahnung. Das reicht mir. Nicht. Ja, ist schon zu lange, um sich daran zu erinnern. Ja, so ungefähr. Also Gravel habe ich vorhin umsonst gesagt. Am Arsch! In der Mine. So, gleich ist die Schuppé, auch kaputti. Gucken wir vor, wir haben beim Bouncen. So wie Natti bei mir beim letzten Mal auf Schritt und Tritt ist sie mir gefolgt. Ja, ich habe ja nichts mehr zu tun. Der Keller von C ist fertig. Ich habe ja nichts mehr zu tun, du spielst Minecraft, ja? Ja, ich habe erst mal ja nichts zu tun. Das war's. Dann gehen wir vorhin. Da ist Fabian, eigentlich. Ja, komm ich gucke Fabian zu. Wo ist Fabian? Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Ja, wo ich zählte? Ja, wo ich zählte. Was ist das? so wieder scheiße ablagern gehen und dann werde ich doch erst nur machen ja ich bin noch auf meinem grundstück such mich da sind wir schon durch eine ecke crouched verlauf mich hier sagt es nicht du bist in deinem labyrinth oder so ach nö jetzt ehrlich ich platziere lichtquellen damit ja keine creeper spawnen ihr habt mir letztes mal den eingang zerlegt ja das ist scheiße aber danke für den tipp wieso auch ja ich bin drei vier mit was was komm ich denn jetzt so lange es hell ist hast du ne chance da immer dich umzugucken oh ja easy lava von phil collins ah ja 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 Ich bin bei ganz schnell aufgehauen. Tja, ja, was macht man denn dann hier? Seid ihr alle bei euren Häusern? Ja. Nein. Dann mal kurz schlafen oder so? Schlafen ist nur was für Pussis. Aber wenn du möchtest, gehe ich gerne eine Runde schlafen. Ja. Tschüss Leute, das war's glaube ich. Gute Nacht. Sagt Bescheid in deinem Bett, dann gehe ich kurz auf. Ja, ich auch. Servus Leute, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Wir machen hier dann erstmal Cut and Break. Habo deri. Tschüss. Tschüss. Tschüss.